Die Manu als All-in-One Ein herzliches Willkommen, liebe Partygemeinde, liebe Tänzer, liebe Freunde des Rock im Hirsch, liebe Fans. Willkommen zurück im Hirsch zum sechsten Mal dieses Jahr. Kleckern kann man, klotzen kann man auch. An diesem wunderbaren Abend habt ihr sicherlich vielleicht bemerkt, dass in meinen Rekordtops nicht ein einziges Mal Jackson Sloan lief. Kein Kicken habt ihr das? Nichts. Warum? Guckt mal hinter mich. Wir haben Ernsthaft Jackson Sloan mit seiner Band live heute Abend hier in unserem kleinen bezaubernden Hirsch. Wir haben den europäischen Streit, dass wir das gehört haben. Die Stadt von Jackson Sloan! Das hat geholfen, danke schön. Danke schön. 1, 2, 3, go! 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Musik 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 Es ist ein sehr schönes Gespräch, wenn ihr hier seid. Es ist die erste Zeit in Berlin. Ok, 1952, die Five Royales. Musik 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 Rudolf Klaus Musik Tonight here in Germany, in St. Frankreich. Thank you so much. Here's yourself from 9.57 by the Great Moody Moor. We're going to take you on a little buggy ride. Your love, I love you. We're going to take you on a little spin. We're going to take you on a little bit. Musik 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 Musik